Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor, wohnten wir woanders. Ich dachte zu der Zeit nie, dass dort woanders war. Überall sonst war woanders. Nur nicht dort, wo wir wohnten. Im Süden kämpften die einen gegen die anderen um. Meine Oma sagte, dass der Krieg jetzt auch zu uns gekommen war. Sie sagte, dass ich besser nicht hier bin. Es war zu gefährlich geworden. Danke. Schön. Bist du nicht vor dich? Das ist nicht genug. Für wen entscheidest du dich? Bist du nicht vor sich? Bist du nicht vor? Bist du nicht. Ich bin ein captures. Untertitelung des ZDF, 2020